Eine wunderschöne, liebe Leute. Wir müssen wieder reagieren. Aktuell höre ich mir ein paar Viewer-Requests an. Und zwar Darko Us mit Unmasked. Let's go! Auch noch nie gehört, wenn ich mich richtig erinnere, Darko Us. Es gibt einfach viel zu viele Bands. Okay. Alright. Okay, okay. Ja, ja. Ich bin gespannt. Okay. Yo! Holy moly. Let's go Darko. Boah, ist das heavy, Alter. Boah. Ich bin mir sehr ans Auge zu treten, ne. Boah. 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 Oh. Hi, Lights. Boah. Oh Boah, das ist ja wirklich nur ge- Boah, da darf man aber auch nicht zu dem fotosensitiven Part der Bevölkerung gehören, ey, Jesus Was ein Gefaller, brutal Okay, und noch kurze Ritz mit rein, let's go Darko Boah, Alter Es braucht ja kein Sensory Overload hier, gar nicht Boah, brutal ist das Boah, okay, das hat mir gut gefallen Vielen lieben Dank für diese Empfehlung Darkoars mit Unmast Und ja, wir sehen uns hoffentlich demnächst mal wieder beim nächsten Video In dem Sinne, macht's gut, ciao